einen wunderschönen guten abend hallo youtube ich mache nur ein fixes update video von meinem free to play account schrägstrich charakter das ist immer noch der jäger und ich habe geschaut es ist nicht ganz aber fast ein jahr her dass ich ein update video gemacht habe wie weit jetzt mein charakter ist da war auf level 65 wir sind jetzt schon auf 97 ich wollte eigentlich level 95 ein video machen habe es aber nicht geschafft weil momentan sehr viel auf dem youtube account gemacht wird und videos hochgeladen werden und ich dementsprechend auch viele aufnahmen lps machen muss in der zeit um ein bisschen hinterher zu kommen und ich wollte es auch fertig haben also gibt es das jetzt etwas verspätet ich bin bereits in gondor ich habe keinerlei dinge gefunden die ich in helms klamm also regulär kann man als free to play bis level 95 spielen das wäre helms klamm ich konnte alles soweit dort spielen aber man muss dazu sagen ich habe zum richtigen zeitpunkt vor vielen monaten eingeloggt und habe die ganzen quest gebiete für free einfach so geschenkt gekriegt ich habe mittlerweile 2635 shop punkte erspielt ich habe nicht bewusst das buch der taten gemacht um shop punkte zu gewinnen oder mir zu erspielen es ist noch ganz 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 viel offen hier gerade auch noch in den startgebieten ich habe davon nichts bewusst gemacht also ist fast ein das brauche ich wunderbart also dass die erweiterung und die letzte große erweiterung wunderbart von stufe 130 bis 140 ist fast schon erspielt und es wäre ja vom zeitpunkt vom spielerlebnis bisher auch sehr passend 97 habe ich noch ein bisschen zeit um dann wirklich direkt anzuknüpfen an das letzte gebiet vor dem schatten habe ich schon gespielt würde ich jetzt zum beispiel auslassen weil ich ja das mit dem vip account gespielt habe und es ist auch nicht zwingend notwendig das gebiet zu kaufen genau so viel eigentlich nur dazu es ist natürlich vom vorteil dass ich den jäger habe bisher kann ich auch nicht sagen dass ich irgendwelche nachteile oder nervige sachen hatte wie zum beispiel schnellreise denn das habe ich nicht ich kann keine schnellreise machen habe ich eigentlich ein meister hier gab nein da ich sollte jetzt nach kalembel es gibt natürlich einige sachen die ich halt logischerweise nicht benutzen kann wie zum beispiel eine bank oder so für unterwegs aber es funktioniert auch so ich habe immer noch die drei taschen wie ihr seht ich habe keine dazu gekauft ich habe auch gar nichts bisher im shop gekauft außer es war ein code for free verfügbar und ja das war es eigentlich schon also es funktioniert definitiv man kann spielen man muss nicht unbedingt ein abo abschließen und man muss sich natürlich mit den einschränkungen etwas arrangieren wenn man jetzt einen jäger spielt oder eine andere klasse die viel reisen kann ob man damit natürlich sehr gut klar das wollte ich nur mal loswerden das war schon jetzt bin ich wieder weg